Hallo ihr da draußen, habt ihr es auch leid, immer im gleichen Sumpf zu hocken und nicht rausgehen zu dürfen mit mehreren Leuten, so wie Roland hier, der mal den anderen mal so richtig schön einen aufs Maul haut, ja und damit herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Künks und hier haben wir Mole Rats und einen Sumpfschnepper, also nicht so gefährliche Tiere, ja meine Einleitungsgeschichte, weiß ich nicht, ich bin so ein bisschen genervt von diesen sozialen Medien, die immer so fröhliche Gesichter zeigen, die meinen, wir machen jetzt mal gemeinsam Musik und, ne, also, weiß ich nicht, bin zwar auch Musiker, aber ich muss das jetzt nicht unbedingt an die große Glocke hängen oder so, ich, oder auf Teufel komm raus irgendwas ins Netz zu hauen und mit der gleichen Masse irgendwie, oh, ich mache jetzt auch Musik, toll, vor allem die Prominenten, die machen das, also das ist mir jetzt gerade so mal so eingefallen, ja und deswegen spiele ich doch Leber oder See, und, na, da haben wir wieder eine Sumpfschneppersche, damit auch andere was davon haben, das ist ja eine Modifikation, oh, da gab es ein Kräuter, ja, dann hauen wir dich auch nochmal, hübsi, hübsi, so, jetzt auch, also, das ist ein hohes Gestrüpp, wir haben ein Schnepperkraut, das ist ja passend, ja, ja, grüße euch mal und danke für die Kommentare, wie immer, und ich habe neue Abonnenten bekommen, die auch hier zugucken, seid auch von meiner Seite gegrüßt, und jetzt, äh, gibt es erstmal so ein paar Schweinchen hier, die in der Gothic Welt Moral Rats heißen, und, äh, schauen wir mal, wir werden erstmal hier so diesen Bereich hier mal abgrasen, weil das ist jetzt irgendwie das Ende vom Sumpf, also irgendwie das felsige geendet, weil in der Richtung war ich noch nicht, ach, guck mal bitte, guck mal, wer da quiekt, so, da hinten sind noch jede Menge, das gibt natürlich wieder sehr, sehr viel Experience Points, und, äh, Schnipperkraut, und der ist tot, so, also ich sehe, das setzt mir hier eine Grenze, wie ich das Ganze jetzt mal hier abscanne, okay, Maul halten, Maul halten, weiter gucken, ah, es könnte sich hier noch was verstecken, und ich habe was gehört, da gehe ich jetzt gleich rein, das ist mir ein bisschen zu Labyrinth-mäßig, okay, ne, ja, 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 ah, schön die Natur, ne, oh, da haben wir doch wieder ein Lörkerchen, ein Giftlörker, was, hm, hätte ihn abschießen können, okay, das hat mir nicht so viel Schaden gebracht, ach, wenn ich gleich zur Seite weg schreite, oh, guck mal da, Überraschung, hier hat einer seine Sprüche vergessen, Untote vernichten, das ist immer gut, Elixier des Geistes, Moment mal, aber das ist jetzt Mana-Extrakt, Windhose, Untote vernichten, kann man immer Extrakt der Heilung, Elixier des Geistes, war das nicht wieder 5 plus Mana, ja, natürlich, klasse, vielleicht mal speichern, und da kommt er schon auf uns zugetrippelt, da ist der andere, der kommt mal so, ah, so, 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 was ist denn das hier für eine lustige Ecke, so, so, ah, ah, shit, ja, ich muss noch irgendwie mal im Off versuchen, Kombos zu üben, so wie es mir angeraten worden ist, bloß irgendwie nutzt das hier bei diesen Tierchen nicht so viel. Ich esse mal was. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir diesen Bereich mal so gut wie geklärt haben. Was ist denn das da hinten? Ist das unser Schiff oder... Das ist ein Piratenschiff. Aber da müsste doch das Wrack liegen, was ich ja gesucht habe in einer meiner Folgen. So, schauen wir mal. Liegt hier was im Wasser? Nein. Da ist eine Trennung. Gehen wir mal hier durch. Ja, sein, dass hier noch was ist. Nee. Ah, jetzt muss ich hier durch warten. Das bremst. Okay. Ja, ich würde mal sagen... Ja, das ist das Schiff. Nun gut, dann gehen wir mal hier in das Grün wieder rein. Also in den eigentlichen Sumpf. Ja, da war ich. Das weiß ich noch. Und scouten erstmal. Sumpfsnapper, Sumpfsnapper. Okay. Also jetzt versuche ich mal links geradeaus, rechts. Nee, das dauert mir zu lange. Also ich spiele auch ausschließlich mit Tastatur. Achso. Nee, das ist nicht richtig. Ausschließlich mit Tastatur, sondern ich spiele mit Tastatur und Maus. Also, ne, das ist hier Maus. Und mit der Tastatur steuere ich und rufe meine Inventare auf. Oder mein Inventar. Und die anderen sagen, was schwimmt denn da hinten rum? Da will doch hier jemand an Land kommen. Das geht aber nicht. Da. Na, hast du ein Bad genommen? Herrlich. Mann, oh Mann. Also nur zur Info. Ich glaube, es war Taris oder Invinoveritas, der das mit den Kombos mir angeraten hat. Sorry, dass ich das jetzt nicht sofort auf dem Schirm habe. Was haben wir denn da wieder? Ach, diese fliegenden Ballons hier. Sumpfgasdrohne. Okay. Gucken wir, inwieweit. Die sind nämlich auch giftig. Ja. Und was kann man da machen? Na, ein Stachel. Vielleicht sollte ich da mal die Sumpfgasdrohne von da hinten mal anschießen. Ja, ich brauche Geschick, sonst wird das ja nix. Ein bisschen bessere Armbruchsgeschichten. Na. Weiß das nicht mehr. Das scheint wohl überhaupt jetzt nicht... Doch, es funktioniert. Bei einer bestimmten Reichweite klappt das auch. Wie wäre es mal mit Speichern? Was haben wir denn hier? Ist denn hier noch irgendwas? Da steckt doch, ja. Gold. Gold. Teleport zum... Was? Mann! Knabbert er mich an hier? So, Moment. Gold. Da stand was mit Teleport zum alten Wrack. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Das heißt... Fragezeichen. Ne, Ausrufezeichen. Teleport zum alten Wrack. Mal gucken, ob ich... Oh, was ist denn hier los? Ja. Mhm. Was ist das? Flüchtlingslager. Obersteinkreis. Die haben hier keine Dings mehr drauf. Äh, verstehe auch warum. Deswegen werde ich nochmal das Ganze gleich erneuern. Das ist aber nicht schlimm. Das ist jetzt nur... Vom, äh... Oh ja, wie soll ich sagen? Vom Ethischen her. Hier vom Außen... Oh! Sollte ich denn doch mal kurz... ...gucken? Ach, das geht doch eigentlich. Dass ich dann... ...die Peoples hier auflese. Loote. Und dann abspeichere. Dann gucke ich dann, wie das gleich mit dem Design der Teleportsteine, beziehungsweise der Runen ist. Mal gucken, wir doch mal nach. Ob sich da was verändert hat oder ich habe jetzt wirklich was an der Pfanne. Weil ich jetzt der Meinung bin, hier ist das alte Wrack. Unten drunter sind nämlich keine Symbole. So wie hier Leuchtturm oder Kloster. Oder ist mir nie aufgefallen. Weiß ich nicht. Okay, aber trotzdem. Wenn ich das Inventar schon mal aufhabe, dann werde ich mich doch mal hier ein bisschen gut ernähren. Leckerem Wein. Nein. Okay, dann sprechern wir mal ab. Weil wenn wir hier das Wrack haben. Hier in der Nähe. Ich habe Angst, dass da hinten irgendwie ja nicht so eine Sumpfgasdrohne ist, sondern dass hier wieder so ein Waldgolem irgendwo auf mich wartet. So, du hast mich erwischt und ich habe dich auch erwischt. Aber schneller und besser. So. Wo bist du denn? Da bist du ja. So. Gucken wir uns das mal an hier. Was gibt es denn hier? Hier ist wieder so eine Ecke. Nein, da komme ich nicht hin. Oh, Pütze. Da brauchst du noch nicht langsamer werden. Noch ein bisschen mehr Übersicht verschaffen. Ja, ein Sumpfgolem. Super. Als hätten wir nicht noch variantenreiche Monster genug hier. Jetzt gibt es da noch einen Sumpfgolem. Und ich habe, glaube ich, auch das dumme Gefühl, Ne, 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 ne. Okay, ich ziehe meine Golem-Rüstung an. Wo ist sie denn? Bootsmann? Leichte Rüstung, Scrawlerplatten, Golem-Schutz-Rüstung. Da ist es. Okay, dann das. Dann wie immer sollte ich irgendwas schweres, ne, was knüppeliges haben. Ein Inquisitor. Schaden 120. Ist das was Stumpfes? ist das etwas, was man verwenden kann, um irgendwelche Golems, Streitkolben Dämonenachst, Morgenstern was, eigentlich Morgenstern, wer weiß schon nur diese Stärke 90 habe ich kann ich das Ding anziehen, das kann ich anziehen gucken wir mal, ob ich mit dem Inquisitor was machen kann ja, gucken nein mal gucken ich kann wieder nicht schneller laufen, da ist er, da ist er da ist er wieso bin ich jetzt wieder so langsam mal gucken er ist clever er ist clever oh doch ein bisschen habe ich einen Schaden gemacht so, was mache ich denn jetzt links, rechts, vorne zack ich versuche Kombos zu machen, aber irgendwie weiß ich jetzt noch bringt das was ok oh, ein bisschen Ausfallschritte gemacht ich hau mal schnell drauf fertig raus das war knapp ich muss ihn an den Baum drücken hier, an diesen Riesenbaum ja, ja, ja oh wer blutet denn da so bist du da schon? Sumpfkohle wieso blutest du denn rot? oh Mann daneben gehauen ok träge oh, 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 oh die Rüstung schützt mich doch so einigermaßen ja, hier bin ich ja 250 hey, das sieht ja geil aus sieht aus, als wäre das jetzt nur ein Häufchen Erde mal gucken, was gibt's denn Herz eines Sumpfgolems oh, schön sehr gut haben wir denn noch irgendwelche Sumpfgolems Sumpfgolems hört sich vom Plural her falsch an was ist denn der Plural von Golem meine Frage an die Runde Golems Golemi oder was gibt's denn? Golemen ne, ich weiß es nicht Atlant Atlasse Atlanten Golem Golemm vielleicht heißt das einfach nur Golem weiß ich nicht Kakteen Goleme Golemen weiß ich jetzt nicht okay, hier scheint wohl alles gecleared zu sein und ich geh jetzt hier mal so lustigst rum dann kann ich mich eigentlich wieder umziehen und die Drachen hier Rüstung gedrachelt nehmen und ne bessere Waffe Tana, richtig aber diesmal lass ich den Phantam weg wollen ja nicht das Spielgeschehen verändern ah, hier gibt's noch was Schneebelkraut gab's hier noch was? nein oh, boop, boop, boop okay, dann gucken wir uns mal hier um oh oh da ist es, alte Wrack ach, da ist es ja so, hier war der Wursumpf-Golem ja, jetzt bin ich an der Stelle ich muss mich eben kurz reorientieren einfach mal um zu gucken warum ich hier hängen bleibe wo ich hier hängen geblieben bin stopp Schädel einer was findest du euch? Schädel einer Moorleiche öh mh, Moor Gott, im Harz gibt's doch einen Hochmoor da war ich mal ja nein shit, da ist ja noch so eine Sumpf-Schleuder da ich bin hier auch ein bisschen Menno, Menno, Menno na, jetzt kann ich natürlich nicht rennen wo ist er denn jetzt? ach, jetzt bin ich hier jetzt bin ich ja bei dem Wrack wollte ich aber nicht Piraten-Goblins, Flöße der Piraten-Goblins entdeckt ja, schön mitten im Rennen macht mir überhaupt kein Spaß jetzt ich kann mich auf nichts konzentrieren ich hab meine Golem-Rüstung nicht an mehr so was heißt das jetzt? so Abstand gewahrt oh, da kommt er da kommt er wo ist jetzt die Golem-Rüstung? oh, nee, das wird nix scheiße außerdem oh, Mist ich dachte, den hätte ich irgendwie abgehängt shit geht das hier hoch? tatsache, hier geht's hoch hier mal schnell abspeichern und was trinken so, vielleicht kann ich mit der Katana doch den Sumpf-Golem erledigen weiß ich nicht aber das werde ich gleich sehen wo ist er denn jetzt hin? ist er futsch okay, haben wir uns beruhigt? haben wir uns beruhigt? wir haben uns beruhigt so, hier waren wir ich habe nämlich keinen Bock die alten Sachen wieder abzugrasen wenn ich nämlich kaputt gegangen bin so wollen wir hier unseren Feld-Scanner anmachen Moorleiche okay, da war die hatten wir ja auch eben gehabt noch eine Moorleiche da ist der Sumpf-Golem und hier sind ja die Flöße okay, hier war nix also dann würde ich mal sagen werden wir das Ganze mal von hier aus gucken, ob die Moorleichen auch gut drauf sind ich habe ja meine Golem-Schutzrüstung an warum? mal gucken die sind schwer sind die schwer? ne, die sind nicht so schwer ich habe nur kaum Crit gemacht hier okay okay, okay ja ähm schwierig aber nicht unmöglich so, da ist noch eine Moorleiche hier ist der Sumpf-Golem Golem-Rüstung habe ich an lock ich erst mal Sumpf-Golem wieder an versuche mal, ob ich mit der Katana auch na, komm her ja, da ist er so, dann gehen wir mal hier durch okay, da geht er auch okay, mit der Katana ich kriege da keinen Schaden aus ich bin sonst nicht so viel jetzt mit dieser Nagelkeule oder was halt eben war Inquisitor hieß das Vieh, richtig ich will nicht, dass du so scheiße ausholst genau immer schön sticheln na geht doch so machen wir den erstmal klein den Sumpf-Golem für meinen Kräutersalat meinen Kräutersalat mit Moordressing und das Herz hat's geherzelt wie viele Golem-Mies Golemies mhm nicht zu holen weichern ups da ich davon ausgehe, dass jetzt kein Golem mehr kommt und es auch hoffe also wieso sind die Sumpf-Golems eigentlich so leicht während dieser blöde Wald-Golem so grottenschwer ist so noch mal hier weiter nix so wenn hier alles gereinigt ist wir müssen erstmal hier die Area mal safen wo ist denn jetzt hier warte mal Moment mal das war ich nicht ich kam später da ist was vom Boot gefallen äh oh weia ok was ist denn das untoter Pirat ach deswegen gab es so viele untote vernichten dort ok das kann passieren dass es gut geht oh ist gut gegangen altes Enter-Messer untoter Pirat ja was soll es auch geben als Knochen da ist nicht zu holen da war doch noch einer wo bist du denn da was hast du denn da alles leichte Armbrustbolzen gut dann holen wir dich mal alles rein ja ich hab noch keine Modifikation entdeckt für Gothic wo es so viele Schiffe gibt so viele Wracks Schiffe also wirklich vielleicht Pirat äh Moment mal wie ist das andere Piraten die Pirateninsel ich glaube die Mod gucken gibt es hier was ach schauen ob wir hier auf den Flößen was finden das sieht nicht so aus ok bleib ich da hängen ja hier ist das Wrack und hier gibt es noch eine Leiche da waren da eine Moorleiche oder was wo willst du denn hin na komm da kommen noch mehr untote Piraten oh hier kommt man nicht so einfach hoch ähm da ist das Wrack und da ist noch eine Insel ne das ist keine Insel das ist nur eine Zunge ja dann gucken wir auch mal einmal rum ob wir hier das Wrack entern können ok was haben wir hier wieder aus nach einer ausfahrbaren Planke Kanonen Luken sind noch verschlossen musste mal alles gucken hier diesmal macht das richtig fezt Moment mal ich habe ja gar nicht geguckt Moment mal Moment mal Moment mal kann es denn sein ich sehe hier überhaupt nichts zum anlanden kann es denn sein das Wrack ist ja hier aufgesetzt ich tauche mal ok das ist ganz aufgesetzt denn weil es aufgesetzt ist heißt es ja kann es ja sein dass hier irgendwo ein Loch ist wo man reingehen könnte es geht ja nicht unter na ist ja so ein bisschen hier aufgesetzt das Wrack auf dem Land ne sieht nicht nach Loch aus ich sehe kein Loch kein Leck oder doch da ja ja ich wusste nein ich wusste es wirklich nicht aber von der Logik her aber was ist denn ah ok aha also ich kenne doch das ich kenne doch das Team oha so ein toter was Piratenkapitän ok da läuft noch eine Frau rum nein wegen der hohen Hacken ah da sind noch andere hm 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 oh was ist das untoter Mat habe ich das jetzt mit meiner ja es könnte sein dass ich ja gut war es das man oh man oh man oh man altes Entermessertjes im untoten Pirat da ist ja nicht viel zu holen hier ja ha das war ja oberlustig hier ich muss mal unbedingt mal was Mampfen Essen trinken ja der Rest bleibt so dann gucken wir mal was wir hier so alles finden mhm die sind ja von hier gekommen aha ok dann geht es noch aufs Oberdeck oh was noch ein bisschen White Stuff war doch noch ein White Stuff hier ist auch egal ein paar Kreuzer da war was altes Entermesser und hier geht es hier geht es hoch und da hinten ging es hoch ach schau mal ach hier alter war das laut boah hab ich mich ver ich hab mich jetzt echt da kommen noch da kommen noch ein paar Leute an ja soll ich mal vielleicht Sample vielleicht kann ich dazu einen schönen Rhythmus hinkriegen aha kommt wieder einer wie viele kommen denn noch oder waren das jetzt meine Schritte mal speichern ok jetzt sind wir ah hier ist einer hier ist doch eine Treppe wieso benutze ich hier nicht die Treppe ach du bist du bist ja jetzt tot ein untot auf tot ja lohnt sich ein bisschen mehr warum ich jetzt hier gesprungen bin ach weil mein altes Entermesser da noch liegt da ist nicht zu holen und hier ist noch ein Heinz gut ok ähm ach ist wieder so dunkel schau mal was wir hier haben oh Vollmond hm letzte Woche hatten wir also ich meine jetzt äh wie soll ich sagen ähm wir hatten ihn gestern gehabt wo ich das hier aufnehme und wenn ihr das seht dann letzte Woche ein Supermond Supermoon gibt's hier ne Tür gibt's ne Tür achso die muss ich knacken aber wollen wir erstmal hier gucken wo ich hier hochkomme ja die Hecklaterne hier ist ne Tonne ok und wollen wir mal hier knacken gehen oh Gott das war ein Rechtshänder wie was haben wir hier Raubeins Enterschwert Käpt'n Raubein haben wir hier gefunden alchimitisch brauche ich sowas ne im Augenblick noch nicht krank der Geschwindigkeit extra die Heilung Laborwasserflasche gibt's noch was ok ähm ich würde mal sagen wir gehen erstmal eine Runde schlafen damit es ein bisschen heller ist und äh dann gucken wir doch mal ins Logbuch was wir denn da alles haben schnacken wir mal die Truhe sehr gut die Tür war dreimal rechts die Truhe dreimal links was haben wir hier Laborwasserflasche Goldener Kirch Raubeins Tagebuchseite so wir haben hier Käpt'n Raubeins Schwertchen also nochmal hier kurz mal geguckt ähm gucken ob ich das finde Katana gesegneter Paladinschir das war ja das Orksischkrie ich guck mal nach so da ist es Raubeins Enter Schwert Schaden 70 ja Zweihandwaffe gut das hätten wir dann auch mal gesehen jetzt haben wir noch diese Tagebuchseite vom Raubein schau mal wo die ist die befindet sich hier eine Tagebuchseite von Käpt'n Raubein Quest Piratengold da meine Männer wild hinter meiner Schatzkarte her sind habe ich diesen Narren eine Kopie der Insel mit falschen Positionen untergejubelt die echte Karte aber werde ich in meinem Haus verstecken Raubein Käpt'n so viel dazu sehr schön speichern Zeit fürs Logbuch was haben wir denn gehabt Quest Piratengold das haben wir hier ich habe auf dem Wrack des Piratenschiffes einen alten Zettel gefunden es handelt sich um einen Tagebucheintrag von Käpt'n Raubein in diesem bestätigt Raubein dass er eine Schatzkarte mit gefälschten Positionen im Umlauf gebracht hat die echte Kerlkarte aber in seinem Haus versteckt hat da ich aber nicht weiß wo Raubein früher gelebt hat wird eine weitere Schatzsuche wohl vergeblich sein da wird wahrscheinlich hier die Insel sein aber irgendwie war noch was mit privaten Goblins richtig auf Korinis konnte ich okay das hatten wir schon da war aber noch was und zwar wichtige Missionen auf Korinis ich habe Gernot genug Erz für den König gegeben damit wäre diese Mission auch erledigt oder beendet davor steht noch eine wichtige Mission ist es Onashow von den Orcs zu befreien bevor ich aber den Belagerten helfe soll ich erstmal bei Lord André über die Lage mich über die Lagererkundigung dessen Aufgaben erfüllen ja bis dahin ich bedanke mich fürs Zuschauen für diese Folge schreibt ein Abonnement oder einen Eintrag und gebt mir einen Daumen und ich verabschiede mich und werde mich nochmal hier ein bisschen umgucken auf dem Schiff ob es noch was gibt bis zum nächsten Mal ich sag tschüss